Mein Name ist Werner Fock. Herzlich willkommen im alten Fischhaus. Uns gibt es schon seit 1909 hier auf der Insel und ich bin hier in der vierten Generation. Gerne hole ich sie mit unserem Wattwagen ab und dann können sie hier bei uns Urlaub machen. Ob im Heuhotel, auf dem Bettenboden oder in unserem neu renovierten Hotel. Je nachdem was Sie möchten. Gäste die morgens fragen was kann ich heute machen? Die sind hier verkehrt. Seele baumeln lassen. Morgens die einzigste Frage auf den Deich, gehe ich links rum oder gehe ich rechts rum? Erholung pur. Gern würde ich mich freuen, wenn Sie mal mit unserem Wattwagen fahren und ich Sie in unserem Haus begrüßen können. Ich würde mich freuen, Sie zu sehen. Bis dahin, Ihr Werner Fock. Bis dahin, Ihr Werner Fock.